Musik Ja, der Hochschul-Info-Tag hier in Jena ist eine tolle Gelegenheit, sich mal über alle Studiengänge und Fächer hier zu informieren, was wir auf der Platte haben sozusagen. Es gibt fast 200 verschiedene Studienangebote hier bei uns und am HIT sind alle mal zu sehen. Wie gefällt dir die Veranstaltung? Ja, ich bin gerade erst angekommen und ja, der erste Eindruck ist schon mal ganz gut. Es ist alles sehr modern und alles sehr hell und offen und alle sind ganz freundlich. Viele Informationen und ich habe jetzt auch schon einen richtigen Weg gefunden. Also ich finde es jetzt schon ziemlich interessant. Ich habe jetzt auch vorhin, stand ich beim Jurastudium an und die haben mir wirklich gut geholfen. Die haben mir wirklich auch massig in die Hand gedrückt, auch hier ist das Buch. Also es ist wirklich, es hat mir geholfen, wenn ich nicht so gedacht hätte, dass wir mir so viel sagen würden gleich. Die Leute sind gut vorbereitet. Das hatte ich mal schlechte Erfahrungen bei einer anderen Uni. Deswegen finde ich das sehr gut hier. Es ist viel Lust, viele Stände. Hatten auch schon Infoveranstaltungen gesucht und war sehr interessant, ja. Ja, Jena gefällt mir sehr gut. Ich denke, das ist eine sehr schöne Stadt mit vielen Jugendlichen und vielem Leben. Ganz gut. Es ist ganz schön. Also richtig knuffig die Stadt. Also ich habe es mir größer vorgestellt, aber es ist schön. Wo kommen Sie denn her? Aus Auerbach im Vogtland. Also ich komme aus dem Borkenlandkreis komme ich. Ich komme aus Gera. Aus Aachen in der W. Aus Hüppelkosen. Ich komme aus Weimar. Ich komme aus dem Eichsfeld, aus Däuner, einem sehr kleinen Ort. Nähe Würzburg, Baden-Württemberg. Aus Orleshausen, ist bei Sommer da. Aus Traunstein, also südlich von München, zwischen München und Salzburg. Für welchen Studiengang interessierst du dich denn? Ja, den Einfach-Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und vielleicht ein Jahr später eine Umschwenkung auf Sportmanagement. Also ich möchte wahrscheinlich in Richtung Informatik möchte ich wahrscheinlich gehen. Für Lehramt, für Gymnasien und da Bereich Chemie und Mathe. Ich bin eigentlich interessiert an Geschichte, aber ich fand jetzt auch Romanistik ziemlich interessant. Literaturwissenschaftliche Richtung. Ich will etwas mit Naturwissenschaften machen. Für Romanistik interessiere ich mich sehr und ich würde gerne noch eine Staatswissenschaft in Kombination studieren. Soziologie, als Hauptfach und Psychologie im Nebenfach. Für Lehramt habe ich mich jetzt am meisten interessiert. Zahnmedizin und Soziologie. Willst du dich über dein Studium an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena informieren? Dann komm vorbei bei den Hochschulinformationstagen in Jena. Willst du dich über dein Studium an der Friedrich-Schiller-Universität?